your channel was edited wow das passt ja zum anfang alter was dann ist so 3 2 1 und du so ja willkommen zu einem ach gott video neuen video auf meinem kanal heute mal wieder mit den lieben romio aka by craft hallöchen ich bin weit gekommen bist du stolz auf mich oh gott junge was denn los guten tag allerseits bevor ihr abschaltet möchte ich schon mal auf etwas hinweisen und zwar schon bei mir vorbei der hat auch eine richtig tolle runde mit und ach nee zwei tolle runden mit mir gebracht und das war total durch die stelle der staut vorbei ist ich habe noch ein block und das war auch da vertreten dann lustig weil man es hat werden kuchen vor dem die scheiße naja auf jeden Fall der shopping vorbei lassen aber da lassen ja nicht um ich respektiere deine aussage gedacht auf deine wortwahl guten tag und zwar habe ich noch was anzusprechen und zwar hat die ts also habe ich jetzt mit anderen oder bin ich jetzt mit romy auf ein kündigt ist so um der andere tp hat sie wollen bis du eigentlich und der bett ist gleich weg ich bin mal runter ich bin da kommt er auch von das seines kaputtmühlen und zum kompletten weg ist nein er macht der doppel turn hier jeder fällt gleich viel grad so scheiße ja ich auch nicht mit 6 cps auf jeden fall die neue ts ip steht unten in der beschreibung oder ich blende sie hier jetzt ein je nachdem oder beides keine ahnung sucht also ist das der kamen die testung dann noch über die aus mehr laut besser gesagt ich hab dich gefragt ja ich weiß das auch deswegen ein abo da bote um ein gott der frische guckart hat wirklich den gleichen mitte tritt bei mir gemacht sind ja das nicht gleich mit gespielt und habe ich habe ihn mit seinem eigenen trick ausgeschaltet ich habe ihn auch ausgeschaltet mit welchem mitte trick enjoy junger dieser trägt man ist so schweiß ich hasse nicht auch nie als ich hasse ihn auch fängt er und geldgall ist ja im herzen wenn es geil ist ja er sagt so ja ich schalte ja schon keine werbung für meine videos öffnet man die beschreibung ist das erste was einem ins Auge springen hier spenden ich bin ja gut wenn ich mir auch nur so wie du muss eigentlich die ganze Welt zum Beispiel nicht mehr ihr kommt an an und für sie ist ja okay aber dann kann ich auch gleich nein die sind da und der freigste Burke kommt das erste Kug und mein Gott ich hab mit der Brust mit Borscht jetzt gleich Weikraft oder um ups bin runtergelaufen keine Ahnung oh man der wollte schon wieder einen gleichmittel trick hier irgendwo praktizieren keine Ahnung also ich kann ja nur eins sagen ich spreche aber wirklich aus der Kugel ähm abonniert Kotti sonst hat mal drei Jahre lang Pech ähm es hat sogar ein paar Studien ergeben dass es so ist äh ich spreche auch wirklich aus Erfahrung also auf jeden Fall abonniert ihn und liken auf jeden Fall auch ja also wenn kommentieren genau schreibt alle Hashtag ähm ich abonnieren Hashtag ich like jedes Video von Kotti in den Kommentaren einer kommt da die da da der freigste Gurke ist da auch enjoy da gesagt wenn du mir deine Hits drückst drückst du äh drückst du äh drückst dir auf meine irgendwie so brrrr ich hätte mal kurz ins Server Minecrafts und Kotti komm mir jetzt jetzt 3 you edited the server das Server ja ich hab beide ich hab keine Okbek bekommen nein der Schwanz ist ja jetzt in Respawn Digga das geht bei dem falsch man hört wahrscheinlich grad wieder meine Maus als ob ich hab mich in den Block gebackt ich hab mich in den Block gebackt und wurde nicht weggeschlagen und dann hat mein Kopf sich so in den Block hässlich gedreht und ich hatte das Bett abgebaut einfach mal aber ok wir haben auch schon so viel Eisen in der Runde genommen echt haben wir ich hab noch gar nicht ach so ja ich hasse man steckt sich hoch und man wird nach hinten und irgendwo hin alles nach hinten nach draußen zur Seite einfach überall wir haben die Splattern gebaut gar nicht echt jetzt? da sind nur zwei Blöcke vor dem Eingang jetzt baut er es gerade frei und bauts mehr ein Herz sind nur Glück und krass gut gut dann hol ich mir jetzt das Wort und mache Bord und springst über Bord kriege ich irgendwie vielleicht ähm ja wie soll man sagen paar Blöcke weil ich kann mir irgendwie nicht mehr nach Hause ich hab selber nur 6 aber ok hier Hilfe yes Hilfe als ob die jetzt beide zu uns ach ne nur der eine ist so dumm ok ach Gott Digga der eine drückt auch immer diese Lufthits alter der ist ja die 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 der die 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 Untertitelung. BR 2018